Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Command & Conquer 3. Wir haben es leider verkackt beim Mitzmar, ich gebe auch zu, das war die zweite Aufnahme schon, wo ich das versucht habe. Ich dachte mir, ich lasse die jetzt einfach mal drin, damit ihr versteht, warum ich diese Mission ausnahmsweise auf normal mache. So, ja, bla bla, den Text kennen wir auch schon, deswegen die Mission ausnahmsweise. Ach, guck mal an, wir haben schon viel mehr Startkapital, was ich super finde. Weisen Sie den Defensivsystem Energie zu, um Nord abzuwehren. Mache ich. Neues Bonusziel, Ausbildung. Wird repariert. Also erstmal alles reparieren hier. Wird repariert. Wird repariert. Geheimdienstdaten aktualisiert. Wird repariert. So, dann schaffen wir ja möglicherweise dieses Mal tatsächlich diese Mission. Wäre doch mal schön. Wird bereit. Gebäude online. Gebäude online. Gebäude online. Initialisiere Video-Ablink. Guten Tag, Commander. Etwa verlaufen? Hier ist nicht Ihre wertvolle blaue Zone, das Gebiet gehört uns. Ich sag Ihnen was. Ich lasse Sie durch meine Truppen heimschirren. Und zwar mit den Füßen voran. So, da kommt noch schon der erste Angriff. Gott sei Dank ein bisschen kleiner als beim letzten Versuch. Sind bereit. Predator bereit. Gebäude online. Predator kampfbereit. Hilfe! Gebäude offen. Gebäude online. So, ich überlege gerade, wollen wir vielleicht einfach mal einen dritten Sammler dazu holen? Weil ich glaube, wir machen erstmal ein paar BMTs, dass wir genug gerüstet sind. BMT einsatzbereit. Gebäude offen. Gebäude online. Gebäude online. Gebäude online. BMT einsatzbereit. So, dann ihr einmal da rein. Ihr einmal da rein. Ihr dann gleich auch einmal da rein. Da würde ich sagen, holen wir dann, ähm, nur mit BMTs, die, äh, den Konvoi später ab. Und in dem Zug, Moment. Ja gut, den Pitbull nehmen wir auch noch mit. So, einmal klatschen lassen hier. Zack. Dankeschön. So, rein mit euch. Komm, wisst ihr was? Wir holen uns jetzt einfach den dritten Sammler. So, und dann gleich dazu noch ein paar weitere Larrys. Also, bei ihr seid natürlich wieder außer Reichweite, war klar. Es war so klar. So, der Sammler ist schon da. Ja, sehr schön. So, dann kommt ihr selbst schon so gut wie da. Dann rein mit euch. Was bin ich denn noch so viel am Bauen? Na gut, ich baue gerade Fahrzeuge und Infanterie parallel. So, wo sind feindliche Einheiten? So, und ihr auch bitte da rein. Gruppentransporter. Es kann losgehen. Gebäude offline. Gebäude online. Wird repariert. So, einmal alles reparieren bitte. Dankeschön. Commander, unterwegs. So, ich überlege gerade, ob ich mich schon durchkämpfen will oder noch ein bisschen warten will. Ich könnte eigentlich schon mal den Weg freimachen, oder? Wartet mal. Ja, okay, den haben wir doch mal erwischt. Sehr schön. So, ich würde sagen, wir haben zwar keine Zeitangabe, wir klopfen uns schon mal durch. Wir wissen ja, wo die Reise hingeht, von daher kommen wir auch einfach schon mal ein bisschen vorweg. Vorpreschen. Und da kommt die Verstärkung schon. Oh, das Bonus-Ziel gab es beim letzten Mal auch schon? Wenn ja, dann habe ich es ehrlich gesagt nicht wirklich mitbekommen. Ja, ich bin doch schon dabei, Mensch. Gebt mir ein bisschen. Der MBF-Verstärkungskonvoi schlicht fest. Er wird von Not-Truppen aufgehalten. Helfen Sie ihn, Commander. So, eins nach dem anderen. Erstmal bitte die Türme. Zerstören Sie die Not-Base. Ja, ich bin doch schon dabei. So. Das hätten wir damit schon mal. Bitte für die Hilfe, Commander. Jetzt aber schnell zur Basis. Einheit wird angesiedet. Sehr bestätigt. Einheit wird angesiedet. Ich empfange Nachricht. Die Basis kann nur mit einem intakten MBF wieder aufgebaut werden. Eskortieren Sie es zur GDI-Basis zurück und errichten Sie einen Bauhof. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass wir es diesmal schaffen könnten. Das GDI-Verstärkungsteam steht jetzt unter Ihrem Kommando. Sofern ich nicht jetzt hier einfach mal eine Runde verkacke, weil ich es kann. Unversehrt auch noch. Boah, was ein mieses Ziel. Aber machbar. Seien wir mal eine Runde realistisch. Schwierig, aber machbar. So, wenn ihr einmal so freundlich werdet und ein bisschen weiter ballern würdet, wäre ich euch zutiefstem Dank verpflichtet. Jetzt brauchen wir auch noch Silos. Ich glaube der wohl. So. Hoppala. Wow, was ist denn da? Ach du mein großer Gott. Ei, 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 ei. Ja, genau. Und damit hätten wir das Bonus-Ziel verkackt. Mein Gott, fahr doch weiter, du Affe. Oh, Mann. Ja, dreh dich noch im Kreis. Gönn dir. So, Gott sei Dank. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Mensch, du kommst ja auch wie den. Hammer. So, jetzt erst mal ganz viele Abwehrtürme. Aber ganz viele. Ja, richtig. Mit Fahr hier rüber und lass dich reparieren, meine ich. Fahr bitte nicht da rüber und lass dich bitte nicht reparieren. Wird dritten rüber. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Ach, ja, ja, ist das anstrengend. Bau abgeschlossen. Dank on. Hallo? Ich hab doch geklickt, Mensch, so. Bau abgeschlossen. Unsere Basis wird angegriffen. Gebäude online. Gebäude online. Das war einer zu viel. Gebäude offline. Oh, das dürfte jetzt auch lustig werden. Jawohl. Gebäude offline. Mein Gott. So, wisst ihr was? BMT, wie ist der Plan? Wir holen jetzt mal euch dazu. Ihr huscht mal da mit rein. Und da wir ja jetzt so schön viele Verteidigungsgebäude bauen können. Würde ich sagen, könnten wir auch schon mal mit einem Trupp losmarschieren. Und mal da oben eine Basisplätten. Hoi, oi, oi. Äh, ja, was hab ich gerade noch gesagt? Jetzt können wir's ja. Hm. Und wieder zu spät auf Rippering geklickt. Gut, dass das jetzt hier gerade überhaupt nicht nervig ist. Wäre ja nicht auszudenken. Überlegt man, das würde mir gerade auf den Senkel gehen. Was dann da los wäre? Machst du dir kein Bild von, ne? So, einmal bitte... Nein, du sollst dich schon mal verpieseln. So, lass mal knacken hier. Panzerdivision ausrücken. Verkichterstützpunkt in sich. Sanja wird angegriffen. Frau unterbrochen. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Einheit befördert. Gebäude on... Oh, fuck. Wird gebaut. Ausbildbar. Einheit wird angegriffen. Feuer! Vernichtet sie! Ich kenne ihre Position. Seid mal so gut und mach mal hier oben bitte Jan schnell fertig. Unser Basis ist angegriffen. Sammler der Anbieter. Gebäude verkauft. Bau abgeschossen. Neukaturiert. Wer ist er kampfbereit? So, bitte weiterballern. Siege wird bestätigt. So, jetzt bloß weg mit dem Ding hier. Warum macht das so wenig Schaden? Achso, weil die Predator alle hinten stehen. Ja, und die einzigen, die vorne stehen. Ja, das sind natürlich... ...die blöden. Stellen wir dich doch mal hinter die Mauer. Mein Gott, sieben Predator-Panzer. Und ihr macht so wenig Schaden. So, einen hätten wir schon mal. Ich wollte gerade sagen, habe ich überhaupt noch Sammler, weil irgendwie so gefühlt kommt kaum noch Geld rein. Oh, die sind tatsächlich sehr angeschlagen. Jetzt haben wir auch noch einen Sammler verloren. Ja, mega. Ach, die Kisten. Mensch, ich wusste doch, ich habe was vergessen. Hier stehen ja überall noch Kisten. Warum bin ich so blöd? Warum? So, wo stand jetzt mein letzter Sammler? Da unten. Ja, du bist fast kaputt und gehst dann ans kleinste Feld, was du findest. Mein Lieber, du bist echt ein kleiner Philosoph. Weißt du das eigentlich? Weißt du das eigentlich? So, dann sei doch mal so gut und sammle mal ein bisschen. Ich wünsche, ich hätte noch Geld für einen BMT. Aber jetzt müssen wir gerade echt ein bisschen auf unsere letzten Talerchen, die wir so haben, gucken. Aber wenigstens kommt von hier oben schon mal kein Angriff mehr. Das heißt, wir könnten doch eigentlich zum Beispiel dich hier schon mal verkaufen. Einen lassen wir stehen. Aber ihr hier hinten können zum Beispiel auch beide weg. Und da denke ich, sollte ich dann noch genug Geld für einen Sammler haben. So, gönn uns. Das ist sehr gut, dass der Turm dahinter steht, weil die dann nämlich alle erstmal schön versuchen, dahinter herzurennen. Oh, unser Radar ist fast weg. Das finde ich gar nicht mal so geil. So, habe ich jetzt echt drei Sammler? Ja, warum auch immer du... Warum bist du denn jetzt fertig und du willst zurück? Was stimmt denn nicht mit dir? Verdammt nochmal. Baue ich gerade irgendwo was? Anscheinend. Ne, ich repariere gerade nur so wahnsinnig viel. Würde ich sagen, gönnen wir uns nochmal ein paar BMTs, damit wir hier unsere Scooby Gang mal weggepackt kriegen. So, du gräbst dich jetzt einfach mal hier hinten ein. Bei 100 Dollar... Obwohl ich mich sowieso verheizen will, das ist mir keine 100 Dollar wert. Oh, da sind ja Kommando-Einheiten bei. Glaube ich. Shadow Team. So, da bräuchte ich doch mal ein paar mehr von. Oder da hätte ich zumindest gerne ein paar mehr von. Panzer- und Trefferpunkte müssten wir jetzt erst einmal nicht verbessern, da ich ja sowieso die Truppen in den BMTs halte. So, einen bräuchten wir noch. Ausbildung. Feindliche Einheiten in sich. BMT einsatzbereit. Creditor Kaps bereit. Haltet die Waffen bereit. Sammler wird angegriffen. Erwarten Befehle. Ihr miesen Penner. Na, wobei ihr macht das schon oben, ne? Juhu, da haben wir jetzt schon Generäle drin. Nice. Bitte zur Reparatur einmal kommen. Dankeschön. Ach ja, und übrigens, keine Sorge, ich werde die nächste Mission wieder auf schwer machen. Das ist jetzt halt nur echt eine ziemlich miese Mission. Und ganz ehrlich, ich habe da einfach keinen Bock mehr daran, die Zähne auszubeißen. Deswegen zweimal habe ich es verkackt. Einmal im Offscreen. Seht es mir bitte nach und hasst mich nicht alle dafür. Mein Bauhof könnte ich auch mal reparieren. Da hat es ja mal eine famose Idee. Ach so, ja, und wir holen jetzt erst einmal diese Kisten. Oh, Geld. Oh, Geld. Das hätte mir früher mal geholfen. Ach, ja. Die Mission ist und bleibt einfach mega nervig. Noch eine Kiste. Schön. Und Tiberium auch schön. Feindliche Einheiten in sich. Nähere mich zielen. Einheit wird angegriffen. Neue Bauoptionen. Feindlicher Stützpunkt in sich. Brastlum. Zielgebiet bestätigt. Erkenn ihre Position. So, dann machen wir jetzt erstmal die ganze Infanterie hier platt. Reicht an. Nähere mich zielen. Hm, Mammutpanzer. Die sollte ich auf jeden Fall mal zeitnah dazuholen. So, raus da. Und zisch und klack und weg. Ach, endlich, ey. Mann, 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 Mann. So, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir da hochkommen. Meine Befehle. Los geht's. Reif an. Aber da kriegen wir alle 10. Bei, den kann ich mir dann schenken und dafür lieber mal die ein oder andere Landeplattform bauen. Ich komm. Los geht's. Nähere mich. Mann, 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 Mann. Ich hasse diese Mission. Ich mein, jetzt gerade ist ja chillig, aber trotzdem bis hierhin war es einfach ein mega nerviger Weg. So, wo stellen wir dich denn hin? Neue Bauoptionen. Ausbildung. Einheit befördert. So, ihr Parkplatz, kommen wir da hoch? Nee, ne? Fertliche Einheiten in sich. Orca, bereit zum abheben. Mammutpanzer bereit. Halt! Nice. Orca, bereit zum abheben. Halt hervor. So, holt euch doch mal hier von dem Feld da oben was. Weil, was ist auch von dem hier unten? Stimmt, da ist ja noch eins. So, da wir keine Bodentruppen mehr erwarten. So, du kannst auch weg. Warum auch immer du da als einziger unten stehen bleibst. So, ich befürchte, wir werden hier einiges an Ressourcen verschwenden dürfen, müssen, whatever. Wow, okay. Ja, ich glaube, ich sollte vielleicht doch einfach mal meine Panzer nehmen und da hoch buxieren. Also, sämtliche Truppen hier. Sammler wird angegriffen. BMT, wie ist der Brau? Mammutpanzer. Mammutpanzer bereit. Unbesiegbar. Völlige Überlegenheit. Okay, verdammt, die Mammuts kriegen wir leider nicht hoch, aber den Rest, okay. Gut, das heißt zumindest, dann sparen wir uns das Geld für die Mammutpanzer. Erwarten Befehle. So, 500, mal das. Das passt auf jeden Fall. So, einmal bitte auf eure restlichen Homies warten. So, das sind 10 Stück, da brauche ich mir entsprechend 5000 Schleifen für. Können natürlich noch ein bisschen was verkaufen, hier und da. Ach komm, dich verkaufen wir dann auch. Ach shit, oh, ich depp, ich brauche doch die Plattform. Alter, warum bin ich so dumm? Warum? So, komm, holen wir schon mal einen Großteil rüber. Auf uns ist Verlass. Landung vorbereiten. Erwarten Befehle. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. So, die letzten drei. Dann haben wir es endlich. In der Hoffnung, dass die Truppen auch reichen werden. So, und du sammel doch einfach mal da unten. Sei doch nicht so blöd und fahr 10 Kilometer weit. Das macht doch keinen Sinn. Oder? So. Komm, komm, hoch damit. Danke. Dann einmal da rüber. Und dann ist es hoffentlich an der Zeit, auf die Kacke zu hauen. Auf Empfang. Panzerdivisionen ausrücken. Orca bereit zum Abheben. So, vorsichtig, vorwärts. Ach komm, scheiß drauf. Rasiert ihn die Eier. Tja, solange man nicht mit Lockdownheiten angreift, sieht das hier doch ganz lustig aus. Feuerzone bestätig, sie reichen der Mitte. Nähere mich zielen. Rasiert sie aus. Orca bereit zum Abnehmen. Nieder mit ihnen. Vernichtet sie. So, bloß schnell das Gebäudeplatz, damit nicht ständig irgendwelchen blöden Truppen nachwirken. Bestätige Ziel. Ja, guck, da haben wir die Mission noch endlich geschafft. Also so gut wie. Mein Gott, was eine schwere Geburt. Komm, wir haben jetzt aus Prinzip machen wir die letzten paar Gebäude auch noch so weg. Alter, war es eine Drecksmission. Sorry, ich fluche noch ein bisschen, obwohl die Mission schon vorbei ist quasi. Aber, äh, es ging mir einfach tierisch auf den Zwirn. Tut mich sorry. Ah, wie gesagt, nächste wieder auch schwer. So. Herr Demers. Mission erfolgreich. Was lange währt, wer hat endlich blöde Mission geschafft. So, Verhältnis von 10,65. Okay. Nur 34 Einen verloren, aber leider 18 Gebäude und, naja, relativ wenig Rohstoffe im Vergleich zum letzten Mal. Dann schauen wir mal bei den Zielen. Die Hauptziele haben wir natürlich alle geschafft. Den haben wir leider nicht unversehrt zurückgebracht. Und hier fehlt noch ein Geheimdienseintrag. Bäh, was auch immer da fehlte. Na gut. Ihr Lieben, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Mission. Bis dahin. Tschüss, Sikowski. notori 34 Einen. Schließend. Uns.